Ich hab keine. Ich hab 23 mitgenommen. Ja, ich... Aber ich bin noch nicht da. Fünf Stück, da geb ich dir drei von... Äh, zwei. Da hab ich nur noch vier. Da oben sah man eins. Ja, das ist... Huch! Da werd ich gar nicht hoch. Hahaha. Oh, bis man da ist, ne? Läuft hier! Ja, mach auf, mach einfach auf. Ah, okay. Danke. Bis auf. Drei Jahre später. Habe ich aufgesammelt? Wutenext? Ja. Ich hab's dir da hin weggeworfen. Hast die aufgesammelt. Ja. Haben wir jetzt den Bereich eigentlich ausgeleuchtet, in den wir gegangen sind? Ja, ich war der Einzige, der ausleuchtet war. Ist ja, weil ich keine Fackeln hatte. Ich hab halt nur mein... Ja, links geht's weiter. Mein Leuchtplop. Jetzt waren doch noch Chung-Sporen, die wir mitnehmen wollten. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, ich hab hinter euch. Ja, es ist ausgeleuchtet. Lückenlos eigentlich. Lückenlos, Mama. Da 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 da. Wann mein lieber... Also diese Frankenviecher, die hauen echt rein. Ich mach mal mehr Sorgen um die Viecher, die mir entgegen kommen. Eine...Djungle-Spore. Komm her! Aus dem Material kann man sich sogar noch Rüstung machen. Ich weiß aber grad gar nicht mehr, wieviel die bringt. Ich glaub weniger. Ja. Die ganze Rüstung kostet halt irgendwie noch so fünf Edelsteine dazu. Ist so dunkel hier. Boah, ist nicht hier weit unten. Ah! Oh scheiß viel. Wo geht's hier runter? Ja, wir kommen im Dschungel. Willkommen im Dschungel! Rumble im Dschungel. Kennst du... Ja, ich kenn's. Nee, ich nicht. Willkommen im Dschungel? Ach so, ja, ich kenn den. Ach so, ich hab... Hui! Hat er auch mit der Helm mitgenommen. Ja, ist auch gut. Und ich hab nen Stachel. Cool. Insgesamt schon den dritten. Aua. Aua! Oh Gott, die sind Fledermäuse. Ich hasse sie. Nein, nicht im Schubsen! Nein! Bin gleich da. Dann komm hier hoch. Uh! Ich will erstmal die kleine Kampfwaffe auspacken. Ah, das sind einige von den Viechern gerade... ...verwegs. Oh, mir geht's ja... ...runter... Ne, ich glaub, je runter desto besser. Je runter desto besser, Dünner-Keyer. Eigentlich wollte ich sagen, je runter desto gut, aber... ...ja, manchmal tue ich die Sachen gern so extra falsch aussprechen, aber irgendwie... ...hat sich da doch noch ne... ...Richtigkeit mit angemischt. Ja, ich glaub, so'n Unterschlupf wäre mal gar nicht schlecht. Wird mal aufheilen. Jetzt legen wir uns hier hin und dann ballern wir da durch. Warte mal, ich... ...am besten machen wir noch... Soll ich schon, dass die Viecher auch zurückballern können? Auch nicht durch die Wand. Hier so. Ach so, das meinst du mit ballern? Das geht gar nicht. Ja, ich will ne Tür machen. Okay. Nee. Ähm, Gegner, die mit der Landschaft kollidieren, die brauchen auch ne freie Sicht... ...um getroffen werden zu können. Ach so. Alter, bitte nicht aufmachen. Loll. Wie viele Bienen das sind? Warte, ich kann da durchschießen. Das ist als Fail. Ach, wieso? So ist doch gut. Und so kann man auch durchhauen, meine ich. Ja, so geht's. Geil! Siehst du, weil ich gut bin. Und da müssen ein paar Stacheln nehmen, ja? Aber er ist halt schon auf vollem Leben. Dauert bei mir noch ein bisschen. Ich hab schon wieder keine Tränke mehr. Kannst du mal ein bisschen Tränke aufteilen? Ich hab 10 Grad abgegeben. Keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, die hat Kevin... Ja, Quatsch. Okay, stopp. Okay, stopp. Lass mich nicht allein. Ja toll, ich krieg... Ich hab schon wieder... Ich hab mich hier rausgekommen. Sie ist doch zu. Ja, das hat mich eigentlich auch gewonnen. Ja. 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 Warten wir erstmal auf Simon, oder? Ja. Ja. Es ist eigentlich immer nachts, wenn man rumläuft. Ja, eigentlich nicht immer. Heute schon. Heute ja. Da hast du ganz die Leute oben. Ja, warum nicht? LOL. Ja, da geht's auch recht weiter. Ne, das ist Wasser. Alter. Alter. Links. Ja, links ist Wasser. Also hier unter uns jetzt. Ich höre euch sogar. Nein. Was? Also Kevin, ich werd lieber rechts rum, weil da geht's schön tief runter. Ja, mir egal. Also wieder hoch, irgendwie. Ich glaub das, was ich gehört hab, war ein Stern, der runtergefallen ist. So ein Knall. Ich glaub das ist Krampf von euch. Alter. Ein bisschen kann man aber auch mit den Fackeln sparen. Quatsch, hab doch genug. Okay. Okay. Neu, warum sterb ich hier fast? Nicht sterben. Wir sollten trotz allem noch so ne Ballernische haben, Kevin. Warte, ich baue schnell eine. Ja. Ja. Ja, Farmnische. Ne, eine, wo wir den Raum leeren können, bevor wir hier rausgehen. Was? Ich glaub das, Simon spielt auch mit dem Metzger wieder. Was? Ich glaub das, Simon spielt auch mit dem Metzger. Genau. Ey, seid jetzt unter mir. Kann gut sein, ja. Kann einfach mal runterladen, oder? Wenn du da durchkommst. Du hast Corruption unten. Warte, hab ich überhaupt Blöcke dabei? Ne Mudblock? Doch, die Nyship die bringt's schon irgendwie. Lo. Au, ala, ala. also kann man nicht schön anlocken leute kannst du nicht durchspringen aber mit dem haken geht es ich kriege ich ich muss ja nur tausend böcke nach unten mit direkten weg ja okay ich will so einen blauen drang bekommen durch erde kann ich relativ schnell schlagen blauer tank kann was das ist und ironskin mit zehn jahren okay ach du scheiße ist ja viele fischer nur noch 800 blöcke sind ja viele fischer er ist okay das ist eigentlich ein ganz guter ort zum pd jetzt